Sie sind hier, 2. Januar 2019, 20.10 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Michael van Gerden ist im Olymp der Datsgötter auf den Spuren von Phil Taylor Urheberrecht, Sport1 Grafik, Mark Till, Picture Alliance Easter, Michael van Gerden krönt sich im Alley Pally bereits zum dritten Mal zum Weltmeister. Wo steht er im ewigen Vergleich? Sport1 zeigt die Rangliste der Pfeilegötter. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Sticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr